hallo zusammen und herzlich willkommen zurück bei lutherkings wieder mit dabei extrem zockt hallo und ja eben der drei richtig ebene drei und das ohne sponty und diesmal gibt es eine karte fürs ist dann wer am meisten dann kriegt die nächste und das ist natürlich ja aber das machen wir nicht in den camp normalerweise müsstest du auch gestand sein auch von der reichweite das klingt böse was ist das denn ja natürlich trifft es mich neue gegner die gab es ja die beiden ich bin tot alter ich werde von hinten angekommen ich bin tot nein gut als das rechser hier unten ja schon geschützt ich bin hier sogar geschützt ja ich töte es mal lieber weil so kann ich das gerade super bekämpfen der reserker-mode ist jetzt sowieso vorbei ich esse auf hier einfach so jetzt habe ich mehr leben als vorher sonst hat es sich doch gelohnt definitiv aber ich brauche pilze aus der wird die seite ist schon geil ja das auf jeden fall so die kanalisation gab es früher auch schon aber es gab diese viecher nicht also hier diese pflanzen die gab es nicht hier gab es dann meistens käfer und skelette das waren so die hauptgegner hier ja ist einfach ich würde sagen wir gehen immer zu zweit auf einen erst mal das war nice So, einer ist da noch. Stefan hier hinten weiß er gar nicht wo ich bin. Wow, das ist fies echt schnell. Oh, was ist das denn? Scheiße? Fiesel. Sah aus wie Scheiße. Level ab. Nice. Oh, ich bin auch schon Level 5. Okay, das geht echt krass schnell irgendwie. Ja. So, da lang. Ich bin auch eben Level gestiegen, jetzt bin ich schon Level 11. Das geht echt schnell. Oh, nice. Oh, eine Dusche. Oh, es gibt Platz für einen Screenshot. Warte, ich muss nur mal umdrehen. So. Ah, wunderschön. Oh, warte, 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 warte. Okay. Und jetzt? Komm mal, ackeln. Komm mal, ach komm, von hinten. Irgendwie kamen die keine Schilde. Oh ja. Hä? Oh nein! Alter, das trifft. Das trifft mich immer so behindert irgendwie. Oh, jetzt bin ich auch noch in der Geisterwelt. Also meine Geisterfähigkeit, meine Götterfähigkeit ist nicht so gut. Ich muss die Stanker einsetzen. Alter, da ist wieder ein neues Geisterwelt, geil. Oh nein! Au! Alter, fack, ich muss rennen. Ich bin gleich tot. Ich bin gleich sowas von tot. Hä, warum haben wir in den nicht eingefroren? Ich steh doch in den, in den... Ah, Muffin-Sound. Ähm... Ah, jetzt nicht mehr. Ja, aber wüsste ich. Oh, der Kiefer. Ah, hier. Oh, das sind aber fette Pilze. Ja. Also... Dafür weniger. Die kann man schlecht übersehen. Da hinten ist noch einer. Da auch noch. Da. Alter, komm schon. Ich bin doch am Fressen. Was kommt dafür? Eine Karte, vergiss das nicht. Ja, kannst du gerne haben. Wenn du mich nicht mehr bewirfst, kannst du die jetzt haben. Ja, ich bewirf dich jetzt nicht mehr. Ich hab dir sogar neben... Oh, oh. Oh, oh. Was ist das? Das ist der Neue. Der kam neu reingepatcht. Der Golem. Den haben sie erst die Tage reingepatcht. Ganz neue Endgegner. Natürlich bin ich direkt in der Geister bin. Alter, was? Ich bin fast tot. Jo, der hat gerade irgendwas auf dich geschossen. Ich muss abhauen. Jo, der hat irgendwie ne Rüstung an. Ich versuche ihn mal einzufrieren. Alter. Geister. Jo, hab ihn. Alter, der schießt mit Kanonen auf mich, ey. Jo, jetzt auf mich. Oh, der hat mich voll gedreut. Ich bin tot. Na geil. Okay. Ja, warte. Äh. Bleib mal da. Ich log ihn her. Bis der Herr rennt. Okay. Ja, ja. Du schaffst das. Nice. Komm, gleich stacken. Okay, ja. Ich hätte mehr an dem Zeugen. Sorry. Scheiße. Nein. Ich wollte mein Special nicht machen. Haha. Ja, ich bin ganz gut. Ich bin ganz gut. Ich bin ganz gut. Oh, ich schieße dran ganz hinten. Ja, mein Special ist echt nicht so gut. Na, oh, ich lass dir den Kill. Na, ich weiß aber nicht. Der ist ja eh nur einer, der den Schaden auf sich zieht dann. Aha, ich block ihn. Der war ja schon echt hart, ey. Wir werden weiter auf Damage empfohlen. Wird mir empfohlen. Hä? Ich sollte aber jetzt echt nicht, glaube ich, Crit nehmen, weil ich habe genug Schaden. Ich glaube, ich... Aber obwohl Crit mit so viel Schaden, dann erhöht sich das ja noch mehr. Ich glaube, ich mache wirklich Crit. Ja. Ja. Ich habe... Ich habe... Damage genommen. Oh, ich brauche Pilze. Hast du natürlich jetzt alle gefressen, was? Nee. Ich habe ja überhaupt gar keinen in diesem Raum gesehen. Bisher. Weil du hier volles Leben bist. Ja, ich weiß auch nicht. Durch den Berserker-Modus wahrscheinlich. Ja, man könnte sich die Truhe... Ja, hier rein oder da hinten ist nichts mehr. Da war ich gerade. Du bist gar nichts mehr? Okay. Nee. Aber zum Glück hatten wir hier den Platz, ey. Hätten wir den Platz nicht gehabt, da wäre sowas von gut gewesen. Oh ja. Okay. Jo. Achtung, Raten hinter dir. Alter, Parallelwelt. Raten sehen irgendwie so unschuldig aus, aber ich glaube den ganzen nicht so. Boah, das ist ein fetter Platz, geil. Oh, ich renne mal zu den zwei Zaubern hin. Okay, die Pflanze hat nicht unendlich Reichweite. Also, wo du hin rennst, ist eine Pflanze, ne? Ach, auf der anderen Seite. Ja, war ja klar. Nein, nicht trennen. Alter, das ist immer so dämlich, die treffen mich nicht. Und trotzdem, wenn die Parallelwelt. Natürlich ist da auch noch mal einer. Ach, Leute, Leute, Leute. Ach, kommt, hier ist noch einer. Ja. Oh, Blut. Hier ist noch ein Pilz, hier in dieser Spalte hier hinten, wo ich bin. Oh ja. Dicker sogar. Oh, da ist noch eine Pflanze. Wo bist du denn? Hä? Hier ist ein Pilz, hier an der Wand. Ähm, da hinten in dieser Spalte. Wo war er? Da. Hier? Wo ich da hinschieße, in der Spalte. Ach, wo. Da ist ein dicker Pilz drin. Ah, nice. Ja, läuft ja ganz gut bis jetzt. Ja, hätte ich nicht gedacht. Also, unsere erste Aufnahmesession, unsere erste Runde. Und jetzt ist schon mittlerweile schon später in der Nacht geworden. Aber ich hätte nicht gedacht, dass wir so weit kommen, dass wir so lange überleben. Also, das, was ich gesehen habe bei gewissen anderen Herren als die Let's Plater mit Entwickler zusammen. Was war das denn? Alter, ich weiß die Reichweite noch nicht so. Das war fast irgendwie ein Versuch, wie einer, der mit Zah endet, der das immer versucht. Bei gewissen anderen Personen. Jetzt kriegst du Hater-Kommentare. Äh, ja. Jetzt krieg ich Hater-Kommentare. Hahahaha. Oh, du Kack-Moob. Ey, das bekommt dich schon wie viel. Ah, Pflanzen. Ähm. Ja. Alter, die treffen nicht immer so behindert. Ja. Ja. Ja, komm. Oh, Gott. Ja, geil. Hier sind auch Geister ins Battle wieder. Wäre immer richtig geil, wenn wir mal wieder einen Schock geben würden. Oh, ja. Oh, bis Zah-Komodus. Ja, bis Zah-Komodus zum Gleichfahren der Welt. Ja, bis Zah-Komodus zum Gleichfahren der Welt. Und hier ein bisschen Blut, da ein bisschen Blut. Denn Blut tut bekanntlich immer wieder gut. Richtig. Hier ist die Tür. Äh, hier in der Mitte sind Pilze. In dem Brunnen. Ja? Ja. Ja. Achso, du bist ja schon voll. Ach, scheiße. Ja, mach doch nix. Ja, doch. Mach sehr wohl was. Nein? Oh, ja, jetzt komm. Ey, das gibt's nicht. Ich hab's getroffen. Klingt immer so behindert. Hahaha. Du meinst überaus klug. Klug. Arsch. Kopf. Mensch. Das gibt's doch nix. Okay, wach nicht schlecht an. Ja, nee. Nix da. Ja, doch im Metal. Ja. Vielleicht. Warte, das ist die Geister, oder? Warte, ich kann kratzen. Immer wenn ich X-Click mach, dann fühl ich ja mich an. Von links ist war ja gespawnt. Hinter uns jetzt auch. Hier ist Pilz hier, an der Wand direkt da. Ah. Den krieg gar nicht. Da sind direkt zwei ineinander gepackt. Alter, natürlich. Immer wenn ich X-Click mach. Ich brauch wieder nen Pilz. Ich weiß, dass du jetzt werfen willst. Da. Vielleicht kriegt man den da oben doch, diesen Cage, wenn man jemanden hinschmeißt. Ne, wurde schon probiert. Okay. Da ist nur Deko. Hier, da. Ah. Drehsack. Ne, ne, ne. Waffenstillstand. Du Arsch. Im Level Waffenstillstand. Du bist so ein Arschkopf, ey. Oh, Aufzug. Ne. Ne. Das gibt's nicht. Ah, jetzt hast du keine mehr. Du Arsch. Du Arsch. Du Arsch. Aber wir haben keinen Shop gefunden in dem Level. Ne, das ist auch nochmal zusätzlich doof. Geschweige denn zu gewissen anderen Personen. Oder wollen wir noch rumlaufen? nochmal zurück. Durch die eine andere Tür. Nein. Nein? Oder? Ja. Ja. Ja, komm, gucken wir. Komm. Komm. Machen wir das als kleine Überlänge-Mission. Gucken wir uns das Ganze hier mal an. Das war... Hier nicht. Noch eins, eins zurück. Oder zwei. Hier war das auch noch nicht. Oder? Ne. Hier war's. Ach, da wo du bist? Ja. Bin auf dem Weg. Hä? Jetzt läufst du ja immer wieder zurück, da wo wir gerade waren. Ja, aber hier durch die Tür waren wir noch nicht. Hat er erstmal Loot gefunden, ey. Ja, aber hier. Hm. Wo ist der Shop? Äh, weiter hinten nix. Mehr. Das war... Zurück bin ich nicht. Eine Türe nur. Ne, hier haben wir ja angefangen. Ne, dann gibt's hier gar keinen Shop. Ach. Das ist nicht wahr. Das ist einfach nicht wahr. Jetzt hast du keinen mehr. Wer weiß? Ne, du hast gerade schon zwei weggeworfen. Jetzt den dritten. Du hast keinen mehr gekriegt. Wer weiß, vielleicht hab ich ja unterwegs einen gefunden, den wir übersehen hatten. Nein, hast du nicht. So viel Glück kann man nicht haben. Ne. Da sind keine mehr drin. Ne, da sind ja auch keine mehr. Ich hab aber gedacht, da wär einer. Tja, aber kein Shop mehr. Das ist natürlich bitter. Alter, hat er noch einen? Fuck. Nein, jetzt hast du, glaub ich, gewonnen, ne? Mit dem Pilz hast du, glaub ich, gewonnen. Was denn? Äh... Ich brauche noch einen Pilz. Können wir jetzt endlich mal weiter, oder? Ich brauche noch einen Pilz. Na komm schon. Wie wollt ihr die nächste Version? Nein, scheiß drauf. Gewonnen hast du wahrscheinlich. Och! Der Zenz, aber. Diese schnieke Karte geht an Extreme Sock. Da ja eindeutig der allerbeste mit Sternchen ist. Ja, das ist ja. Ja, ja. Und hiermit beenden wir auch die Folge. Ja, mit der puren Wahrheit. Und gucken wir uns nochmal an, was die nächste Stun... äh... äh... ...näste Stun-Karte. Was die nächste Karte ist. Genau. Oh, schon Ebene 4. Echt krass. Ja. Das ist jetzt die ganze Borg-Ebene. Oh, die dritte Borg? Ja. Die ist heftig. Oder war früher heftig. War auch die letzte Mission früher. Stimmt. Ich weiß nicht, ob es weitergeht und was kommen wird. Ich gebe dir das meiste Gold, um diese Karte frei zu verschneiden. Die hast du ja schon. Die kannst du mir ja geben. Äh... In der Videobeschreibung. Schaut doch mal vorbei. Er wird sich bestimmt freuen darüber. Ja. Und ich hoffe mal, wir finden jetzt hier schnell... Ja. Wenn du schon... Despawned, ja? Das despawned. Das despawned. Das despawned. Genau. Dieser Pilz hier. Der despawned wahrscheinlich auch. Ja. Suchen sie auch. Mhm. Ja, wo warst du dich denn geliebt? Ja gut, dann sehen wir uns in zwei Tagen wieder, wenn's rauskommt, ne? Ja, genau. Tschüssi. Tschüss.